Hey Leute, der Baski. Ich hatte mal ein etwas anderes Video. Und zwar haben sie schon ein paar von euch ein Go-Go-Video gewählt. Und wir sehen euch heute ein Video mit einer Drohne. Die Drohne habe ich auf Amazon gekauft. Sie nennt sich Syma X8C. Sie ist in der Farbe Schwarz, Weiß und Orange zu erhalten. Wenn ihr euch überlegt, mit der Drohne Videoaufnahmen zu machen, solltet ihr nichts schwereres, als eine GoPro bzw. eine Actioncam die gleiche wie die GoPro Week dran zu hängen. Diese Konstruktion hier mit der Vibrationsplatte und der GoPro wird von einer Drohne mit vollem Akku maximal 15 Minuten getragen. Danach fängt die Drohne an zu blinken, was bedeutet der Akku wird schwach. Also solltet ihr euch auch einen zweiten Akku dazu bestellen, dann könnt ihr nämlich mit einer GoPro oder einer ähnlichen Actioncam darunter 30 Minuten lang filmen. Wenn ihr euch die Drohne bestellt und keine Luftaufnahmen machen wollt, dann reicht ein Akku für eine halbe Stunde Flugzeit, was meiner Meinung nach ausreicht, wenn man einfach nur so herumfliegen möchte. Wenn ihr euch eine Drohne kauft, sind auch Stürze nicht unvermeidlich, wie ihr in diesen Videoaufnahmen erkennen könnt. Im Niveauumfang der Drohne sind aber auch 4 Ersatzrotoren und Rotorprotektoren dabei. Ich besitze und benutze die Drohne jetzt seit Mitte Sommer 2015 und muss sagen, bin sehr zufrieden. Das war die Drohne. Das war's auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da und abonniert meinen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Danke, ciao.